Hallo ihr Lieben, ich habe hier drei Kartenideen für ein Blütenramm-Stanzen-Set von Action für euch und das Ganze kombiniere ich mit einfachen Hintergründen, die mit Stempelkissen gemacht werden. Das hier ist das Stanzen-Set, um das es sich dreht. Ihr seht, da sind auch genau drei einzelne Stanzen drin und mit jeder dieser Stanzen habe ich eine Idee für euch. Ein bisschen habe ich noch mit Folienakzenten herumgespielt und dazu auch mal das Folieren mit einem Laminiergerät und normalem Embossingpulver ausprobiert. Das folgt bei der letzten Karte, wenn euch nur das interessiert. Ich arbeite mich hier von innen nach außen, also von der kleinsten Stanze bis zur größten und die kleinste Stanze ist dieses einzelne Blümchen hier, wo ich erst gedacht habe, was macht man denn damit? Na klar, so ein kleines Blumenbüschel. Und die werde ich mir nachher noch mit Glitzerakzenten verzieren, aber erst einmal kommt der Hintergrund. Ein quadratischer Kartenaufleger. Ich habe hier diese kleinen Memento-Stempelkissen. Dann nehmt ihr einfach, was ihr habt. Das könnt ihr auch in Farben machen, wie ihr das möchtet. Bei mir wird das hier eine Osterkarte. Und ich habe jetzt meinen hellsten Farbton genommen und einfach mal einen Kreis gemacht. Also sei es nun ein Kranz, ein Osternest, keine Ahnung, Kreis geht immer, oder? Dann habe ich mir ein etwas kräftigeres Grün genommen. Und ihr seht, die sind bei mir gar nicht so obersaftig, aber die geben halt Farbe ab. Und dadurch gibt das irgendwie so einen subtilen Farbreigen, so eine kleine optische Mischung. Aber mit vier Blümchen guckt mir da jetzt noch zu wenig von der Farbe raus. Also habe ich da noch ein bisschen was dazu aufgetragen. Und ihr seht, dass ich das einfach immer im Kreis gewischt habe. Und ihr müsst das mal ausprobieren, je nachdem, welche Form ihr habt. Ob ihr das mit der Spitze macht oder vollflächig. Bei mir war das hier tatsächlich der erste Versuch. Aber nehmt euch da ruhig sonst noch ein bisschen Schmierpapier und übt das einfach mal. So, da es Ostern werden soll, habe ich dieses Kreativ-Depot-Stempel-Set genommen. Bei mir gibt es ein Häschen dazu. Das könnt ihr aber natürlich auch, ja und hier oben noch diesen Spruch zum Häschen. Aber das könnt ihr natürlich auch, wenn ihr das mit weiteren Blümchen oder noch mit ein paar Blättchen oder auch gar nicht mehr sonst dekoriert, für jeden anderen Anlass nehmen mit einem anderen Spruch. Ihr könntet da auch Streuteile nehmen, wenn ihr das auf Ostern dekorieren wollt. Da gibt es ja manchmal auch so kleine Holzhäschen oder Holzeier oder ähnliches. Das könnt ihr ganz nach Belieben euch dekorieren. So, und das hier habe ich mit Embossing-Tinte gestempelt und mit Bonding-Pulver embosst. Und darauf kann man ja nachher folieren, wenn man das weiter föhnt. Dieses Bonding-Pulver, das ist ein spezielles Embossing-Pulver, wird es klebrig. Und ihr seht, diese Blümchen, die habe ich mir auch angemalt mit einem Embossing-fähigen Stift. Und das wird bei mir so lala. Und da sage ich nachher noch mal ein bisschen was dazu. Und das hier ist dann schon die fertige Karte. Ich habe ein Satin-Schleifenband drumherum gemacht. Dieses kleine Schnipselchen, was da unten davon rausschaut, ist einfach separat aufgesetzt. Dann habe ich die Blüten, die ihr hier nochmal in Nahaufnahme seht, wie ich die bestückt habe, mit der Folie. Einfach mit Klebstoff aufgesetzt. Ein paar von diesen Blüten mitten als kleine Tüpfchen noch. Da könntet ihr natürlich auch Nuvo-Drops oder ähnliches nehmen. Der kleine Hase ist aufgesetzt mit Foam-Tape. Und ich weiß nicht, wo dieser kleine Fleck daherkommt auf der linken Seite. Er ist da. Aber ich finde die Karte trotzdem toll. Sie ging voll schnell und sie sieht doch herzallerliebst aus. Oder nicht? Für Karte Nummer 2 mit der nächstgrößeren Stanze habe ich mir das hier zweimal ausgestanzt. In der Mitte kommt so ein runder Gruß. Da könntet ihr euch natürlich auch einfach einen anderen Gruß auf einen ausgestanzten Kreis stempeln. Es fällt ja eben sogar ein Kreis aus dieser Mitte da heraus. Ich habe hier so ein Hello genommen. Das fand ich total schön von einem Stempelset, was ich mir kürzlich mal gegönnt habe. Der grüne Kartenaufleger ist auch irgendwie aus so einem Action-Pastelligen-Block. Ich glaube, die gab es ja kürzlich wieder. Und hier nehme ich mir jetzt weiße Stempelfarbe. Ich habe hier diese von Hero Arts. Die hat ziemlich viel Pigment. Und da jetzt soll jetzt so ein waagerechtes Banner darunter gewischt werden. Da guckt ihr mal, was ihr da habt. Da könntet ihr natürlich sonst auch irgendwie Deckweiß nehmen, wenn ihr gar keine weiße Stempelfarbe habt oder so. Und da war ich mir gar nicht so sicher, wie das wird. Aber so für einen breiten Streifen ging das auch total gut. Und meine zwei Stanzteile, die klebe ich mir jetzt übereinander, damit das so ein bisschen dicker wird. Das geht auch ganz gut. Ich habe hier dieses... Ich habe einen cremefarbenen Aquarellkarton verwendet von Action und habe mir jetzt so ein cremefarbenes Bändchen da rumgewickelt als kleines weiteres Detail. Und meinen Kranz habe ich mir aufgeklebt mit einer Klebemaus, damit es mir nicht schmiert. Und das Hello, das ist mit Doppelt-Foam-Tape, damit es noch über diesen Kranz hinweg schaut, aufgesetzt. Also das ist nochmal ein kleines bisschen höher. Und statt Nouveau-Drops habe ich jetzt hier als kleine Embellishments die Mitten von diesen ganzen Blüten verwendet. Und einige habe ich mir, also zwei, um genau zu sein, habe ich mir jetzt auf ein Washi geklebt und im Stempelkissen einfach reingedrückt und eingefärbt. Da, kleine Fußangel, passt auf, dass ihr euch die vorher ganz doll trocknen lasst. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe so winzige kleine Farbverunreinigungen nachher auf meinem grünen Papier. Ihr seht, da versuche ich gerade irgendwie, ob das weggeht. Aber nee, das war irgendwie was Eingefärbtes anscheinend. Und ja, also lasst die vorher gut durchtrocknen. Und das ist dann auch schon die fertige Karte Nummero 2. Und die ist doch auch äußerst hübsch, oder? Also dieses Filigrane von diesen Stanzen, also was mich da auch im Laden schon angesprochen hat, das sieht man da doch, das hat irgendwie doch so ein bisschen was von Spitze oder so. Und mit diesen kleinen Pünktchen drum, finde ich, unterstreicht das nochmal so diese Zartheit von dem Ganzen. Und das ist wirklich echt super flugs gemacht und absolut charmant, oder? Und an den Grüßen, wenn ihr euch da irgendwie einen anderen Kreis nehmt, da könnt ihr euch auch ja farbigen Cardstock nehmen. Das könnt ihr fürs ganze Jahr verwenden, für allerlei Anlässe. Also ich finde sie richtig, richtig toll. Für Karte Nummero 3 habe ich mir jetzt natürlich diesen großen, tollen Rahmen genommen. Und ausgestanzt habe ich das alles übrigens aus Aquarellpapier. Das ist ja ein bisschen dicker. So, und auf diesem hier möchte ich jetzt mit dieser rosanen Folie so kleine Laminierakzente setzen, so ähnlich wie ich das auch schon bei diesen kleinen Blümchen gemacht habe, mit einem Laminierfähigen, ach Quatsch, mit einem Embossingfähigen Stift von Versamark. Da gibt es ja diverseste Anbieter wahrscheinlich. Ich habe den von Versamark und habe damit allerdings auch irgendwie Probleme gehabt. Das geht nicht ganz so schick, wie als wenn man es stempelt. Was ich heute aber auch ausprobieren möchte, ist das Ganze nicht mit dem regulären Bonding-Pulver zu folieren, sondern mit ganz regulärem weißem Embossing-Pulver. Denn das habe ich kürzlich in irgendeinem amerikanischen Video gesehen. Ich habe es nicht mehr wiedergefunden. Ihr könntet mal bei Simon Hurley gucken oder bei Justine Howey spricht sie sich, glaube ich. Da habe ich jetzt im Nachgang dazu noch was gefunden, aber ich weiß nicht, wo ich es ursprünglich gesehen habe. Und zwar embosst ihr euch, was immer ihr stempelt oder frei handmalt, mit regulärem Embossing-Pulver und schiebt das Ganze dann mit Folie zusammen durch ein Laminiergerät. Und das wollte ich doch heute dringend mal ausprobieren, wie das denn so funktioniert und am Ende aussieht. Ich habe hier Embossing-Pulver von WOW verwendet und zwar weißes in der Körnung, super fein. Ich bereite mir hier schon mal alles vor und lege mir hier so ein gefaltetes A4-Blatt hin. Ich habe sozusagen für jede Farbe Embossing-Pulver habe ich einfach immer ein so ein Blatt bei mir hier liegen. Dann vermischen sich da die Farbkrümel nicht und ich muss das aber auch nicht immer so ganz doll sauber machen. So, und das ist jetzt mein Embossing-fähiger Stift, wie gesagt, von Versamark. Und damit male ich mir jetzt so kleine Farbflächen in diesen Blüten an. Also, ich hatte mir überlegt, dass ich einmal diesen ganzen inneren Rahmen, der ja auf dieser Stanze zu sehen ist, anmale und dann so kleine Details in die Blüten rein. Ihr seht, dass ich da irgendwie mal tupfe und mal so kleine Striche reinmale. Überall so ein bisschen verschieden. Ich habe gedacht, dass das einfach so ein bisschen so ja, lebendige Folienflächen bekommt. Und erst habe ich hier diesen breiten Pinsel genommen und jetzt aber diese andere Seite. Und ich muss sagen, also wenn man sonst mit Versamark Tinte zum Embossen stempelt, mache ich das ja auch immer zweimal. Das ist natürlich hier bei diesen Freihand-Geschichten so ein bisschen so eine Sache. Man sieht es ja gar nicht so genau und trifft von daher nicht zweimal die Fläche und hat dann auch gar nicht so viel von dieser Embossing-fähigen Tinte am Ende auf dem Projekt. Und ich habe den Eindruck, dass dann eben auch wenig Embossing-Pulver dort kleben bleibt. Und genau so sieht dann leider auch das Projekt aus am Ende. Jetzt stempel ich mir aber noch einmal auf dieses innen rausgefallene Quadrat einen Osterspruch und zwar einmal mit Embossing-Pulver und dieser normalen weißen Embossing-Tinte und einmal mit dem Bonding-Pulver, diesem speziellen Embossing-Pulver. Und ihr seht, glaube ich, jetzt schon, das ist noch nicht angeföhnt, man sieht die Körnung noch, dass das eine feiner ist als das andere. Also das hier ist das normale weiße und das ist das Bonding-Pulver. Und im Vergleich seht ihr schon, dass die doch eine verschiedene Körnung haben. So, und nun werde ich das normale Embossing-Pulver einmal durch den Laminator, durch mein Laminiergerät hier geben. Und als ich da drunter geguckt habe, fand ich das jetzt noch nicht so richtig überzeugend und habe gedacht, na, das schiebe ich vielleicht lieber noch ein zweites Mal durch. Guckt mal hier, das sieht noch da so ein bisschen dünn und schütter aus, sag ich mal. Und darum habe ich es einfach noch ein zweites Mal durchgegeben, weil ich gedacht habe, dass sich das dann vielleicht ein wenig besser da noch verbindet. Und jetzt schauen wir uns mal die beiden folierten Schriftzüge im Vergleich an. Also das hier, der Schüttere, das ist der mit dem regulären Embossing-Pulver, den ich durch ein Laminiergerät gegeben habe. Und der obere, stärkere, ist der mit dem Bonding-Pulver. Das ist ein Embossing-Pulver eben, was man länger anföhnt und was im zweiten Durchgang beim Föhnen sozusagen ein bisschen klebrig wird. Und darauf reibt man dann die Folie. Das Ganze ist ohne Laminiergerät. Und das Ergebnis ist einfach sehr viel überzeugender, wie ich finde. So, und jetzt die beiden Rahmen. Auch hier habe ich beide Varianten ausgetestet. Hinten ist das Laminiergerät und vorne ist das Bonding-Pulver. Und da seht ihr, so richtig toll ist das auch nicht geworden. Und ich denke eben, dass es genau daran liegt, dass man dort nicht zweimal drüber gehen kann. Und ihr seht diesen inneren Rahmen hier. Den habe ich jetzt bei dem Bonding-Pulverversuch, der ja etwas stärker war, noch einmal überfoliert. Also bin da nochmal mit dem Stift drüber gegangen. Und das glänzt jetzt ganz doll. So, und damit habe ich jetzt weitergearbeitet und habe mich hier für ein größeres quadratisches Format entschieden. Weil das auf dem kleineren etwas geklemmt hat, fand ich optisch. Das sah so beengt aus. Ja, so ein bisschen Luft zum Atmen braucht dann so ein Motiv vielleicht auch. Und ich habe mir das jetzt mittig einmal die Mitte sozusagen angezeichnet und mache jetzt auch noch so einen ganz kleinen hauchzarten Schatten da rein, wo mein Rahmen ist. Radiere mir das aber auch nochmal weg, damit man das wirklich nicht zu doll sieht. So, super. Und jetzt mache ich mir hier so sternförmig, von der Mitte ausgehend, einfach flach mit dem quadratischen Stempelkissen, so Wischspuren. Ihr seht, in der Mitte wird das immer stärker. Und jetzt drehe ich das Papier einfach. Ich habe das erst einmal so kreuzartig gemacht und geguckt, wie sieht das denn überhaupt aus. Und in der Mitte ergibt sich jetzt fast so eine Sternchenform. Sieht schon ganz toll aus, aber ich glaube, ich verwende den etwas dunkleren Türkiston da auch noch. Ich glaube, das kann es irgendwie noch vertragen. Und da gucken wir doch mal, wie das jetzt aussieht. Also das ist eben total einfach. Und das ist jetzt nun nicht mehr so kreisrund geworden. Darum gehe ich da noch einmal ran und versuche da nochmal so ein bisschen mehr Farbe aufzulegen. Also man sieht jetzt auch genau, wie das einsaugt in das Papier unter dem Licht. Also das fand ich jetzt gerade nochmal total spannend zu sehen. So, und das hier ist dann die fertige Karte. Ich habe um den Kartenaufleger noch weißes Garn gewickelt und ein Schleifchen gemacht. Da oben drauf habe ich dann den Rahmen gesetzt. Das sind zwei übereinander geklebt, damit es eben auch so ein bisschen dicker ist und die Form nochmal betont. Dann hat man ja mal so eine Schattenkante. Und den Schriftzug habe ich mit Foamtape aufgesetzt. Und sagt mal, wie war denn das bei euch, wenn ihr die Stanze auch habt, also ich musste das viermal durch die Stanzmaschine kurbeln, bis das wirklich anständig gestanzt hat. Vielleicht ist das so eine filigrane Stanze, dass man da eigentlich so eine Metallplatte drunter verwenden sollte. Ich weiß es nicht. Ich habe so eine Metallplatte gar nicht. Also bei mir hat das nicht gut funktioniert. Vielleicht stanzt die Stanze auch einfach nicht gut. Am Ende ist es dann eben Actionqualität. Und meistens stanzen die ja ganz anständig. Aber wie gesagt, bei der hatte ich ein bisschen zu hadern. Aber nichtsdestotrotz ist sie doch richtig fantastisch geworden. Auch mit meinen Folientestungen bin ich äußerst zufrieden. Und dieser Hintergrund, ich finde, der macht sich auch im Kontrast zu diesem mit dem folierten Ergebnis hier, bin ich jetzt auch total zufrieden. Auch wenn es eben eine Erkenntnis ist, dass es vielleicht mit diesem Versamark Stift nicht ganz so einfach ist. Aber ich finde meinen Hintergrund einfach nur fantastisch, auch gerade im Zusammenhang mit der Stanze. Das sieht zusammen total toll aus. Und ich bin total froh, dass ich das ausprobiert habe. Also mein Tipp an euch, probiert auch ruhig immer mal rum, wenn ihr so Ideen habt, von denen ihr vielleicht denkt, dass sie auch nicht unbedingt funktionieren. Es lohnt sich total. Damit sind wir auch schon wieder am Ende vom Video angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und habt Lust bekommen, ein wenig herumzuprobieren. Es lohnt sich auf jeden Fall, wie ich hier nochmal festgestellt habe. Und ja, die Karten könnt ihr ja eigentlich für jedwelchen Anlass umfrisieren, je nach Spruch und je nach kleinem Deko-Element. Also ist alles sehr universell einsetzbar, egal ob mit anderen Stanzmotiven oder wie auch immer. Ich wünsche euch an dieser Stelle ganz viel Spaß beim Basteln und tschüss, bis demnächst!